Okay, are you close enough to see your walk out of that tornado to the southwest? Wow! Machen wir dann ein Kumpenfoto, wenn da unten ist. Kertritt! Zeitraffer! Lass! Wir sind noch dran, gell? Die Zirkulation ist genau da auch, gell? Einmal wenn ich die Fläche aufdrehen... Sicher! ... und die Fläche aufdrehen... ... und du musst den Kumpenfoto mit den Flächen von der Fläche aufdrehen... ... und den Fläche aufdrehen. Das ist auch so gut! Ja, sicher! Die Fläche aufdrehen. Das ist wirklich gut! Dann wird es in die Fläche in die Fläche aufdrehen. Dann wird es einen Kumpenfoto. Wir sind in die Fläche! Wir müssen hier aufdrehen! Seo is a year ago, we're thinking ... all right we're learning ... ... and we're starting to see the days on this thing. ... and we're starting to see a page on this thing. Right at the trees right now ... ... what I've seen ... ... that's just broad. ... the whole thing's just ... ... aaron ... ... um ... ... if someone ... ... I didn't even coach ... ... up this ground. ... or there were so many trees ... ... to see if there was anything on the ground. ... there wasn't just a few minutes ago. ... But ... ... that the map is ... ... we're at the ... ... ... the ... ... it's very easy. Jetzt erregnet mich bald am Morgen. Jetzt gibt es doch alles, glaube ich. Nicht nur, weil es schon alle geht, sondern auch vom Blitzenjagd. Das ist doch alles, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.